hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten let's play von my boyfriend der sommer meines lebens. hier mache ich diese haare und diese knaufen ziehen. also nicht dass ich es vergesst, aber ich spiele blind. ja, das ist ein guter namen hallo da seid ihr beiden ja ich hoffe es gefällt euch in meiner ferienanlage allerdings erwarte ich auch dass ihr mir ab und zu bei der arbeit unter die arme greift. okay also da oben sehe ich glaube ich wo ich hingehen muss und da unten kann ich mich so bewegen oder mit den pfeiltasten. endlich sind wir da ich kann es kaum erwarten an den strand zu gehen und mich in die sonne zu legen. hast du dein bikini eingepackt? klar ich ziehe mich nur schnell um. ich habe meine klamotten bereits im kleiderschrank verstaut. für deine sachen ist auch noch recht reichlich platz hier. wir können uns immer schick anziehen. nun bist du dran. okay. okay mein bikini. klar auf geht's. na los. was kann man denn da machen? ich möchte mich waschen. dann gehen wir mal zum strand. wenn ich wüsste wo der ist. da ist unser wunderbar so. okay. ich glaube da geht's runter. ich glaube ich bin falsch. aha. äh ja. da geht's runter. da geht's die treppe runter. äh ein fehler. okay. einfach herrlich hier. schau mal da hinten. der süße typ. bei der surfschule. wollen wir uns die mal anschauen? klar. na dann los. okay. und wo ist diese schlärfschule? hier ist er neu her, oder? sicher. sicher. ich arbeite hier in der anlage. nebenbei als animateur. weißt du ob man hier irgendwo shoppen gehen kann? auf der strandpromenade findest du einen laden, in dem du richtig ströbern kannst. da hinten am meer die umkleidebox. dort kannst du deine sachen wechseln. du scheinst übrigens einen guten geschmack zu haben. danke für das kompliment. ich sage nur die wahrheit. okay. tut mir leid. ich muss mich mal wieder an die arbeit machen. sieht man sich später noch? sicher. bis dann. und wie findest du ihn? er scheint ganz nett zu sein. ist aber sicher nicht der einzige fisch hier im pool. wir können die augen ja nochmal offen halten. schau mal, der alte knacker da hält sich voll für den coolen. das ist bestimmt der chef hier. vielleicht kann er uns noch einige tipps geben. lass uns mal hingehen. hallo, ihr seid neu hier, oder? ich bin Harry, der leiter der surfschule. und so etwas wie der chef. alle animatoren. vielleicht kann ich ja ja egal. ich nehme dann mal das die rezeption. aha. da für mich haben wir auch ein restaurant und eine disco. eine disco. eine disco. Ich bekomme langsam Hunger. Was ist denn mit dir? Klar, ich auch. Im Bungalow habe ich noch ein paar Äpfel. Die können wir uns holen. Aha, nein, du sagst wirklich. In der Anlage bestimmt auch nach anderen Möglichkeiten. Aha, denke ich auch. Es gibt ja ein Restaurant, also. Soziale Kontakte. Wir sind sie für uns, und wir sind alleine. Zu empfehlen könnten wir auch zu Hause. Es ist wichtig, dass wir uns mit neuen Leuten unterhalten, reden und viel Zeit verbringen. Aber natürlich zählt auch die Zeit zu zweit. Was ist mit Jungs? Flirten? Klar. Zählt natürlich auch dazu. Ups. Vom Himmel ist es besonders wichtig, sich regelmäßigen Abständen einzukommen. Aber Duschen, Schminken oder sich die Hörer kennen. All das ist sinnvoll, damit es dir gut geht. Und Entspannung. Hier ist viel los. Ab und zu muss man sich halt auch entspannen können. Sonnenbaden, Fall und Pulligen oder nette Musik hören. Es sich gut gehen lassen, verstehst du? Sport macht schön. Sport macht glücklich. Hey, wer den ganzen Tag im Bikini rumlaufen will, der muss auch gut aussehen. Oberste Regel. Ja, ich weiß. Ja, das ist gut. Das sind wir wohl einverstanden. Also, ich verabschiede mich von meinem ersten Part von My Boyfriend, Boyfriend, der Sommer meines Lebens.